Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zum Horror Monday. Ja, im letzten Part haben wir das erste Kapitel bzw. das erste Chapter gespielt. Heute wollen wir uns dem zweiten widmen. Ich würde sagen, labern wir nicht lange rum um den heißen Brei, sondern legen los. Okay, wir sind in einem Krankenhaus. Ja, im Endeffekt, wir sollen Informationen über diese Lussi Moss, Kapitel 2. Alles klar. Das ist also diese Lussi Moss, nehme ich mal an. Du brauchst doch nicht weinen. Oh, hier sind Handschellen. Kann ich die nehmen? Brauche ich einen Schlüssel für? Wo ist denn unser schönes Her? Hier ist nichts drin. Hier ist nichts drin. Dann tun wir mal wieder zurück. So, was haben wir hier? Was ist das denn hier? Irgendein Schrank. Irgendwelche Medikamente. Nein, das wollte ich nicht. Donuts. Oh, sogar mit Streuselbelag. Oh, geil. Was ist das hier? Ein Sandwich. Angebissen. Ist das dein Schlüssel? Hier hast du dein Essen nicht aufgegessen. Nein. Naja. So. Oh. Das wollte ich nicht. Ich hoffe, das geht so. Oh, Milch. Missing. Oha. 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 Macht man das eigentlich heutzutage noch? Früher hat man ja so auch auf Cornflakes-Packungen so von vermissten Kindern sowas gesehen. Gibt's eigentlich kaum noch. Was haben wir hier? A6, C1. Coole Tätowierungen. Und dann auf jeden Fall. Das eine sieht so ein bisschen wie so ein ägyptisches Auge aus, ne? Was ist los? Hier, Lucy Moss, das ist die Rakte. Oh, die Fingerabdrücke. Die hat sich bestimmt nicht richtig gewehrt. Was ist los? Was haben wir denn hier Schönes? Ein Schachbrett. Bleib auf. Dankeschön. Oh Gott. Was bringt uns das? Von mir aus können wir gerne eine Runde Schach spielen, Lucy. Oh, hier sind noch mehr Bilder. Eine coole Tätowierung. Was haben wir hier? Hier, komm. F4, D2. Oh Gott. Ups. Was ist das hier? Ah, hier haben wir auch noch ein Beweismittel. Okay, dann wollen wir mal A6. Ich hoffe, ich kriege es hin. A6 ist hier. Oh Gott. A6, C1. Einmal hier. Gehen wir mal ein bisschen zurück. F4. Na komm. Komm her. Alles klar. Keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ja. Okay. F4. C, D, E. F4. Ups. Und D2. D2. Ja, ist ja gut. Oh, hallo. Aha, okay. Bounce Upgrade. Oh, cool. Das heißt, wir haben jetzt noch bessere Öllampe. Kann doch sein. Äh. Geh auf. Jawohl. Ui. Ja, Tatsache. Okay. Schön. Boah, das wollte ich nicht. Lucy, kann ich dir irgendwie helfen? Hm. Achso, und wir sollen ja unbedingt nicht mit ihr reden. Und da ist der Professor oder der, der sie bewacht? Hm. Und das ist wohl der Lageplan. Können wir hier nichts drücken, oder so? Da oben ist ein Licht. Drücken wir hier vielleicht nochmal drauf? Nee, geht auch nicht. Ist die Tür zu? Die ist abgeschlossen. Hallo? Die ist auch abgeschlossen. Okay, wir müssen hier erst irgendwas machen. Lucy, wie kann ich dir helfen? Das sind alles Geräte. Ich weiß nicht, was ich drücken soll. Muss ich hier irgendwas drücken, oder so? Wie können wir mit ihr sprechen? Aber wir dürfen ja nicht mit ihr sprechen. Wohl, wir haben doch eine neue Dings bekommen, ne? Aber wir müssen sie ver. Wo ist es? Ich sehe dich zuhör. Ich sehe dich zuhör. Oh, Mann. Und ich weiß, dich zuhör. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Sie ist weg! Oh, da ist sie. Hallo? Ja, ist klar. Was soll ich jetzt machen? Oh, soll ich hier drauf drängen? Oh nein. Ich würde lieber hierbleiben, hier ist so schön sicher. Oh nö, das gibt es doch nicht. Dann wollen wir mal. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Oh Gott. Ah, ich kann die nur so aufmachen. Lol. Habe ich sie losgelassen? Ja. Hallo Lucy. Wo ist dein Kollege hier hin? Motten. Da. Ich habe ein Kreuz. Ja, ich habe ein Kreuz. Ja, Mann. Ja. Ist klar, Bro. Oh Gott, wo ist sie hin? Eine Kröte. Muss ich dich jetzt küssen, damit du wieder zum Menschen wirst, oder was? Ist doch 100 pro so eine Teufelskröte. Oh mein Gott. Wahnsinn. Wo ist die Tür hin? Ja. Oh Mann, da komm. Oh Gott. Hallo Kröte. Ich will dir nichts tun. Friss Weihwasser. Wie findest du Salz? Scheint auch nicht. Okay. Muss ich jetzt zu dir hin, oder was? Ja, super. Ich habe ein Kreuz in der Hand. Mann, Mann. Ja. Oh Gott. Wo geht es lang? Ja, ist klar. Ich habe keine Ahnung, woher jetzt die Dings kommt. Schon mal lieber aufhalten. Ich weiß ja nicht, was mich jetzt hier erwartet. Ich habe auch nicht nur meine Waffe, wie ich mich verteidigen kann. Ja, ist klar. Oh Gott. Da trauft doch Blut drauf. Ja. Iiih, da ist eine Hand. Lass mich in Ruhe. Ich habe dir nichts getan. Oh Mann, Akkoll. Oh Gott, was ist das? Friss das. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh, das ist heiß, man spürt das richtig. Oh Gott. Oh mein Gott. Vater, der du bist, ich geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Ah. Lol, hier ist eine Sackgasse. Bitte nichts von hinten. Bitte nichts von hinten. Okay. Dann gehen wir eben wieder zurück. Mehr oder weniger. Oh Gott. Bitte nichts von hinten. Bitte nichts von hinten. Habt ihr den Qualm da gesehen? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Die Steuerung lässt auch zu wünschen übrig. Ah, du Mist geworden. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Lucy? Wo bist du? Lucy? Oh Gott. Na ja... Hallo liebe Hände, lasst mich bitte in Ruhe, ich hab euch nix getan. Ja! Einfach durch da, einfach durch da! Ja! Oh Gott. Oh mein Gott! Hallo? Wo ist mein Kreuz? Wo ist mein Kreuz? Oh, da ist es. Oh Gott. Ich dachte schon, ich hätte es verloren. Oh mein Gott. Ich hab ein Kreuz. Ich weiß damit umzugehen. Ah mein Lucy, du bist besessen, ne? Ich hab schon wieder mein Dings verloren. Habt ihr gesehen? Lol. Ah, okay. Okay, wo bin ich jetzt hier? Aber warum hab ich mein Dings nicht? Oh Gott. Ah, hier ist es. Hier! Ich hab ein Kreuz. Lass mich in Ruhe. Was soll ich hier denn machen? Wie kann ich dir denn helfen, Lucy? Oha! Seht ihr das? Oh mein Gott. Okay, ich weiß jetzt nicht, was wir machen müssen. Friss Salz! Hm. Schon gruselig. Kann ich zurück? Okay. Ich kann anscheinend zurück. Aber was bringt mir das? Wo ist mein Kreuz? Kreuzi? Da. Was bringt mir das, wenn ich jetzt zurückgehe? Da komm ich doch her, oder? Hab ich hier irgendwas vergessen? Okay, die Hände sind schon mal weg. Habe ich irgendwas falsch? Weiß ich doch nicht. Was willst du von mir, Lucy? Vielleicht muss ich erst mal noch draußen stehen bleiben. Oh Gott. Ja, moin. Das war nicht geplant. Sondern das ist ja schon fast. So was ist das? Was ist das? Oh Gott. Oh Gott. Soll ich vielleicht erst mal draußen stehen bleiben? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, moin. Das war nicht geplant. Ich weiß. Kann ich hier was reintun? Nein, ich muss hier irgendwas machen. Und weiter komme ich auch nicht, oder? Wo ist mein Kreuz? Da. Oh, wie ging das noch? Exorcizamos de omnis imum de spiritus. Hallo. Ich habe doch keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich kann hier aber auch nicht weiter gehen. Hier ist ein Cut. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Dann gehen wir eben wieder zurück. Hier sieht man ja diese Dämonenhände, von denen sie, denke ich mal, besessen ist. Oh Gott. Kann ich die Handschellen lösen? Warte, ich habe eine Idee. Oh Gott. Das hat aber auch nicht geholfen. Vielleicht die Arme ansprühen? Das hat auch nicht wirklich geholfen. Ja, dann müssen wir wohl wieder übel nochmal zurück. Haben wir vielleicht irgendwas übersehen oder so? Oh, ich glaube eigentlich nicht. Holzi, wo bist du? Danke. Oh Gott. Ja, mein. Aber hier kommen wir doch her, wer. Ich erschrecke mich wieder. Oh Gott. Lasst mich leben. Lasst mich leben. Nichts müssen. Nein. Was ist denn? Ich denke mal, wir versuchen es noch einmal und ansonsten muss ich auf Screen ein bisschen rum suchen, auch wenn ich das ungeheide mache. Ich habe noch eine Idee, vielleicht schließe ich die Tür einfach mal hinter mir. Wenn das denn geht. Ja, Moin. Hier waren wir aber noch nicht. Oh mein Gott. Tatsache, hier waren wir noch nicht. Ja, ist klar. Lasst mich leben, lasst mich leben. Doch. Hier waren wir schon, glaube ich. Weiß ich nicht. Oh, du Mist. Jetzt habe ich mich selbst erschrocken. Gott, ich weiß noch nicht mehr mal wo lang. Ich habe aber eine Idee. Bleib an. Okay, die können wir nicht aufmachen, oder? Oh Gott, jetzt hat mich gerade mein eigener Greenscreen erschreckt. Nein, wir müssen in die Richtung. Warum tut ihr das mit mir? Okay, wir müssen hier lang. Oh Gott. Glaub ich, ich weiß es nicht. Hier waren wir noch nicht. Da ist ein kleiner Stuhl. Bleib gefälligst an. Mein Gott. Ja, als ob du leer bist. Lol. Liebe Entwickler, habt ihr euch da nicht was Besseres einfallen lassen können? Ihr erschreckt einen zu Tode. Oh Gott. Oh Gott. Ja, jetzt sind wir hier wieder. Aber was bringt uns das? Die Tür ist zu. Oh Gott. Oh Gott. Was war das? Ich habe eine Idee. Jetzt sind wir wieder durch. Und jetzt hätte ich bitte gerne mein Dings wieder. Als ob. Okay, das brauchen wir anscheinend gleich. Das geht automatisch auf. Okay. Oh, die hat Hörner. Du bist also der Teufel. Lucy, ich hoffe ich kann dir helfen. Lucy. Oh mein Gott. Was soll ich machen? Sagt's mir. Oh Mann. Heftig. Oh mein Gott. Befreie sie. Oh mein Gott. Befreie sie. Ja, ist klar, Bro. Oh mein Gott. Befreie sie. Nein, geh weg. Oh mein Gott. Geh weg! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lass mich leben. Ja, omg. Wow. Sind das Motten? Voll eine traurige Melodie jetzt. Haben wir sie geheilt? Anscheinend schon. Oh, Lucy. Oh Gott. Geht's dir wieder gut, Lucy? Heftig. She was used by Ron to take souls. Lucy was free of the devil, but at what cost? Doch für welchen Preis? Oh mein Gott. Ja, ja, alles gut. On your desk. Oh mein Gott. Habt ihr's gesehen? Krank, einfach nur krank. So, ein Package ist hier. Play. Alles klar. Ich will mal sehen, wie viel wir hier, wie viel Prozent wir hier gemacht haben. 100 Prozent haben wir hier sogar. Wow. Cool. Ja, ähm, wie ihr seht, wenigstens konnten wir der armen Lucy helfen. Dann danke ich euch. Dann war's das auch schon für diesen Horror-Mander. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Horror-Mander wieder. Bis dann.